Hallo, ich heiße Luis. Ich will ein berühmter Fußballerwett und Torwart und ich will viele Pokale gewinnen. Das ist das Tor von Deutschland. Das ist das Tor von Frankreich. Vielleicht kommen die Spieler. Das ist krass, kann ich jetzt. Jetzt der Spieler. Der Torwart kann sich schmeißen und dann kann er auch Bälle halten. Der kann schießen, wenn er den Ball hat und er kann den in die Hände nehmen. Und erst muss ich noch die Konfetti machen. Wir haben so viele Konfetti geschmissen, weil Deutschland gewonnen hat. 4-1 für Deutschland. Gehalte! Jetzt mal ich noch, wo der Pokal draufsteht. Wenn der Torwart gute Bälle hält, dann kann er auch Pokale gewinnen. Ich bin fertig. Also, das ist der Torwart von Frankreich. Das ist Deutschland. Das ist der Fußball. Hier sind die zwei Pokale. Und das ist der Riesenpokal für Deutschland. Ja, und hier ist der Himmel. Ich bin der Torwart von Deutschland. Frankreich vor. Schießt kein Tor. Deutschland hinterher. Tausend Tore mehr. Ich fang ihn! Ha, der Heifel! Ja! Ich geringe den Pokal. Ine, mene, buh! Und rein bist du! Ja!